Wir haben den Scheitel gegeben hier, der Scheitel ist bei 0,6 und wir suchen die Parabel, das heißt wir stellen das mal auf, also f von x in der Scheitelform ist a mal x minus xs zum Quadrat plus ys, also das ist hier xs, ys die Scheitelkoordinaten, also ich kenne jetzt schon sehr viel, f von x ist a mal x minus 0 Quadrat plus 6, also a x Quadrat plus 6, jetzt fehlt mir noch mein a und damit ich das a finde, dafür habe ich jetzt noch den Punkt, also wenn ich jetzt, wenn ich nur einen Scheitel gegeben habe, ich mache mal so eine Skizze irgendwie, so, wenn ich sage hier ist der Scheitel, dann kann ja die Parabel so ausschauen oder so oder so, also ohne einen weiteren Punkt, kenne ich die nicht, habe ich jetzt noch irgendeinen Punkt, dann weiß ich welcher das ist Und das mache ich mit Einsetzen, so, weg damit, der Punkt hat die Koordinaten x, y und die Funktion schreibe ich so hin, y ist a x Quadrat plus 6 und jetzt einsetzen Das x wird hier eingesetzt und das y wird hier eingesetzt, so, 0 gleich a mal 2 Wurzel 3 Quadrat plus 6 Das ist jetzt 0 gleich a mal 3 mal 3 mal 12 plus 6, jetzt minus 6 und dividiert durch 12, dann bekomme ich, dass a gleich minus 1 halb, genau, minus 1 halb ist und damit weiß ich, y gleich minus 1 halb x Quadrat plus 6, das ist die Gleichung, also das ist die Parabel, die soll ich jetzt noch zeichnen Das tue ich, weil ich ein fauler Mensch bin, hier mit dem Rechner So, die jetzt hier weg, löschen, zack, alles löschen, ich habe was Neues Also ich bin in GeoGebra, y ist gleich minus 0,5 x Quadrat plus 6, Return Und da ist es, ja, also dieses minus, ja, was habe ich denn hier, Screenshot, also ich habe hier dieses minus, minus 1 halb, minus ist nach unten geöffnet, 1 halb macht es ein bisschen breiter Die Normalparabel würde, so hätte ich jetzt, das wäre 1 halb, also das wäre, wenn es nicht minus 1 halb wäre, sondern minus 1, ja, und das ist ein bisschen breiter und plus 6, 6 nach oben verschoben Jetzt haben wir die verstanden Jetzt haben wir die Millennium Vielen Dank.